wir gehen rein ins neue in die neue in die neue doku oder ich habe keine ahnung doch dokumentation kommen wir schreiben geschichte oha ok es geht wahrscheinlich um die komplette palmas plastik tour auch und so weiter holy okay schau hat da dran und sino gleich das müssten diese bank produziert sein genau das sind die wahrscheinlich schau natürlich ganz weit überall natürlich dabei und überhaupt und ich würde sagen wir gehen rein ich habe keine ahnung was auf uns ja ich hasse diesen start youtube sound ne boah tschüss mein schatz hi dennis oh junge ihr sagt wenn lautstärke okay sagt bescheid ja zurück leben palmen aus plastik heißt die neue platte in jamaika entstanden drei mörer ich kann die persönlich nicht ich will auf dem song drauf haben da ist die geschichte wir lernen uns quasi kennen mit joe casado am flughafen ist das im endeffekt wie dieses eine was wir gesehen hatten wo die beiden auch im studio saßen und dass das interview gegeben haben aber das ist ja dann leider offline genommen worden musste ich auch die reaction runternehmen wahrscheinlich weil sie lieber lieber eine große doku machen als alt nur das interview ne ja das eine interview ist auch offline geschichte man kannte sich nicht lauter und gucken was passiert ein spannendes kopf an kopf rennen passt das soll wovon soll ich anfangen mit wein oder mit gin tonic richtig edles tröpfchen mit plastikbecher plastikbecher schnell trinken sonst wird der rot wenn zu plastik wir werden weiter planen für unser video wir haben bis jetzt sehr viel geplant und zwar das hier das war von by the way falls ihr mal in köln seid in köln hat chao casado einen eigenen klamottenladen da könnt ihr da könnt ihr natürlich klamotten kaufen die ganzen merch sachen und sonstwas aber jetzt kommt das geile ihr seht auch die ganzen gold und platinplatten in diesem ding nicht nur von palm aus plastik ich glaube sogar kontra k und weiß ich nicht was alles die kann man aber von außen auch sehen also wenn der mal zu haben sollte könnt ihr von außen gucken super schön zu stellen echt cooler laden und unten drin kleines studio wie es gerade passiert ey danke für deine sieben jamaika wie geil boah das ist das ist auch so ein ziel einmal im leben jamaika jamaika muss ich einmal sehen man einmal einmal dieses lebensgefühl was die da haben wir sind jetzt hier gerade bei uns ein auto auszuleihen wir sind locker so seit zwei stunden schon am flughafen wie ihr seht äh ist ja sehr genau was die inspektion von dem auto angeht damit er jeden kratzer einzeln notiert eigentlich könntest du mal einmal über die schulter rüber filmen damit du siehst äh schau hat äh ein eigenes label das weiß ich nicht auf jeden fall hat er ein äh eigene künstlerinnen ähm der name fällt mir jetzt gerade nicht ein aber da war ich im musikvideo mit drin vor ein paar monaten war das ja ja honeybee genau richtig jawoll ja man er und der beat 1 8 7 camora wo ist mein grob wir schreiben die geschichte alter wo soll das alles hier nur an digger wenn ich das wüsste what the fuck wie geil ist das hier gedreht bitte 7 camora wo ist mein grob wir schreiben die geschichte wo soll das alles hier nur an digger wenn ich das wüsste unser leben ein geschenk komm wir gehen auf die piste hier ist unser pool hier wohnen wir ich zeig mein zimmer mal nicht während ich schnick schnack schnuck habe ich das schlechteste zimmer verloren anbaut irgendwie hat raff zu der zeit noch so drake vibes im gesicht so diese frise oder nein wie hieß der eine nochmal Farid nicht Farid Bang sondern Farid der Zauberer das ist hier unser Garten ja man die ganze Nacht hört man irgendwelche Geräusche vom Vögel die ich noch nie gehört habe Vogelspinne halb Vogelspinne Boah Jamaika ne Boah ich find diesen Dialekt so geil ne ohne Scheiß man oder Akzent oder was weiß ich ich mach so eine Wunde Spaghetti Camorra machen wir jetzt Independent deswegen kaufen wir Independent Basta ich war ja mit Josef und Opto Maika 2014 oder 2015 als wir diesen 9mm song gemacht haben für sein Album 9mm Baby heutzutage geht es schnell auf den Straßen 9mm er hat auch immer gesagt ey irgendwann mach ich so ne Mucke auch so ne wo wir angefangen haben zu rappen und so das ist dann so die Vorstufe zu beiden das ist Plastik gewesen was ja den Sound von einer von einer Generation halt geprägt hat Boah das stimmt das stimmt hoi so dann wir sind kräftig mal dann wir sind mitten im Busch irgendwo auf Jamaika suchen das Marihuana fällt Kommt mit. Ich riech das schon. Hier ist die Wasserleitung. Okay. Ich riech das gut. Da oben wird das wirklich geschnippelt. Okay. Wie er da so ein ganzes Bündel in der Hand hat. What the fuck. Bei uns hat ja, nachdem ich meinen Part geschickt habe, und wir uns noch nicht gesehen hatten, gesagt, hey, das riecht nach einem Kollabo-Album. Auch als ich im Studio war, dachte ich mir so, krass, das passt schon unglaublich gut. Da haben wir schon gehört, dass das krass wird. Da haben die das auch, glaube ich, selber gemerkt, dass die einfach harmonieren zusammen. Es gab damals, dafür schlicht ja keine Industrie. Es war alles Majorfirmen beherrscht. Und als wir das angefangen haben, gab es damit kein Geld zu verdienen. Weiner Jamaikanischer Cocktail, viele Vitamine drin. Wir haben im Juni angefangen, wir haben in drei Sessions zu einer Woche das Album fertig gemacht. Krass. Ende Juni haben wir schon Palme aus Plastik gedreht. Und meine Aufgabe ist es, Was? So schnell? In diesem Song herauszufinden, und den Sinn, was die Jungs damit darstellen wollen, was die damit aussagen wollen, zu treffen. Das ist das allerwichtigste. Wooppa! Welcome to Paradise, Motherfucker! Das Wien! Das sind Räume aus Plastik! Ja, Junge! Ohne Sand, aber macht nichts. Dreh um noch ein Roller! Roller! Mit bisschen kalt, wenn es Nacht ist. Ich verbrenne mein Wii. Und der Präumen aus Plastik! Steh auf, ich laufe mit ihm. Genau, genau. Geil, geil! Versuch ihn irgendwie zum Laufen zu bringen, wenn es geht. Warum läuft der gegen die Wand? Der Arme! Wir zwei wollen es wieder wissen. Wir wollen es auch wissen. Über den Dächern meiner Stadt, riech die Luft nach Marie-Ukana. Der Benz frisch gewaschen, baby, Kokos Pustos. Strasen, Fotos, Simpsons. Was für die Karriere? Heute, groß, morgen sind wir mit den Herd. 500 Perl, ich guck ihn in die Sterne. Ich guck ihn in den Fuß und meine Jungs in die Ferne. Boah, das ist Gänsehaut irgendwie, ne? Wenn man mal daran denkt, dass das jetzt vorbei ist, dass wirklich die letzte Tour war, das letzte Konzert, das letzte Album und wahrscheinlich jetzt auch die letzte Doku, ne? Also da wird nichts mehr von kommen. Das ist schon schade, ne? Da geht schon echt so eine Ära vorbei. Muss man echt sagen. Also die haben wirklich eine Generation damit geprägt, ne? Mit dem Sound, das muss man einfach sagen, ne? Wahnsinn! Man musste schnell agieren, bevor dieser Hype flöten geht. Und darum war, das war echt Bombe, haben wir immer nachgelegt. Ich erinnere mich, wir haben Mörder aufgenommen. Er hat's dann direkt auch gepostet auf Instagram, weil man konnte einfach nicht warten, weil man wollte das allen Leuten zeigen. Ja, da waren wir auch das erste Mal sicher, okay, das ist krass innovativ. Nein, die hören nicht auf. Nein. Palmen aus Plastik ist aber vorbei. Das heißt, diese Trilogie ist jetzt eine Trilogie und bleibt hoffentlich auch eine. Und das ist vorbei. Diese ganze Richtung, ne? Krass neues Zeug. Mörder, Digga. Da haben wir in Bosnien in Sennica in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu zwölf oder so geschlossen. So ein bisschen Boat-Hood-mäßig war das alles. War lustig, ja. Alle wirklich in einer Reihe. Hraf, ich, Jesus, Bones, Hannibal war auch noch dabei. Man geht schon mit einem gewissen verarbeitenden Video, aber das, was alles da passiert, das passiert aus der Spontanität. Na, einfach drauf los. Nein, die hören doch nicht auf. Quatsch. Wir sind jetzt hier angekommen in Bosnien. Wir waren jetzt gefühlt 24 Stunden unterwegs. Es ist Viertel nach drei. Ja, Mann. Ja, so sieben sind jetzt im Flughafen. Also, wir sind schon ein bisschen unterwegs auf jeden Fall. Hamburg war krass. Ist am Start. Ich hab verschlafen, wie es sich gehört, Schatz. Köln war heftig, wirklich. Wir sind ganz freundlich empfangen. Und, äh... Ja, Mann. Morgen werden Videos gedreht. Drei Stück haben wir vor. Alle machen das auf Mörder. Weil dein Freund hat ein Freund, dein Freund, dein Freund hat ein Ballerat. Zu sexy mit jedem. Weil alle Jungs müssen mehr. Attacking, attacking. Attacking, attacking. Attacking, attacking, attacking. Krass, ey. Also, die Reise hat das Camp RAV und das Camp 187 auf jeden Fall zusammengeschweißt. So, ein neuer Tag in Bosnien. Ist das so? Wir, äh, bringen jetzt den Roller aufs Dach. Ja, Mann. Wir lassen nichts unversucht. Ja? Der bosnische Roller gefasst. Warum hat der einen Roller auf dem Dach? Warum hat der einen Roller auf dem Dach? Was ist sein? Nein, du. Nein, du. Ich bin das Gassel. Mord, Mann. Kill yourself. Alle machen jetzt auf Mörder. Weil dein Freund hat ein Freund, ist ein Freund, hat ein Ballerat. Eine Kugel in dein Körper. Weil hier läuft deine Boys kochen, Jungs voller Kameraden. Und sich seine böse Röder hat. Weil dein Freund ist ein Freund, ist ein Freund, ist ein Freund, hat ein Ballerat. Zwei Kugel in deinem... Das sieht einfach alles aus wie eine Serie oder ein Film, ne? Jetzt mal ernsthaft. Junge! Als dann Palm aus Plastik, das Video rauskam, das ging dann ja richtig so bretz hoch. Wir sind bei Trettmann gesessen damals, bei Kitschkick. Ich weiß, ich weiß. Und wir, ah, Video geht online. Okay. Okay. Hm. Ja, cool. Ich bin nach Hause gefahren, so. Wir dachten uns, okay, gut. Ja, okay, jetzt nicht so krass. War denen nicht so klar? Die Leute mussten das erstmal so, wahrscheinlich erstmal so probieren, schmecken. Oh, schmeckt das nicht. Und dann, okay, doch, schmeckt nicht schlecht. Und dann, oh ja, geil, voll geil. Sehr gerne, Edgi. Sehr gerne. Da wusste ich, Digga, das wird durch die Decke gehen. Ja, das hat geknallt, die ganze Zeit. Nur an Holy Shepard. Bones meinte, du wirst sehen, das wird der erfolgreichste Song. Obwohl er den Song nicht mochte. Ja, ja, bei Ohne mein Team sollte MHD dabei sein als Feature. Genau, genau. Weil der Beat ist ja auch angelehnt an, äh, Afro... Boah, wie hieß der nochmal? Afro Trap 4, 5? Keine Ahnung mehr welcher Teil. Äh, aber, ähm, der war ja relativ... 7 sogar. Ja, okay, 7. Der war ja relativ ähnlich und hatte halt auch so einen Stil und deswegen sollte ja MHD eigentlich drauf. 5! Ja, wir wissen es auch. Keine Ahnung. Irgendein Afro-Trap-Part von MHD. Genau. Und deswegen sollte der eigentlich mit drauf, aber... Was auch wahrscheinlich besser so war, ne? War wahrscheinlich cool so. Wie wir's hier machen, Digga. Mit'n verfickten Regenschirm, Digga. Wobei mit'n Franzosen wär auch krass gewesen, ne? Auf geht! Boah, diese Melodie! Boah! Boah! Zu sitzen mit jedes, weil die Jungs müssen weh! Ein bisschen tippt in den Mädels, und auf hundert ein Tricks. Der Gesitz geht in den Regen! Boah! Ich hab' mich bis zum Schluss geströckt. Ist das geil! Aber er hat wohl den Braten gerochen und auch zur richtigen Zeit den richtigen Riecher gehabt. Viele sagen, das ist gewaltet von MHD Nummer 5. War's nicht. Also das war... Ich hab'n Trans-Sample gefunden. Ah! Hab' das draufgelegt und hab' dann die Drums halt Afro-Trap-mäßig drunter gemacht. Das war halt einfach nur vom Feeling ähnlich. Das stimmt. Holy! Das sind die ohne mein Team. Boah! Die brauch' ich. Hey, gesitz geht in den Regen. Lass uns Kohle verdienen. Weil du lässt, dass ich lebe. Und niemand ohne mein Team. Ich schließe die Tür des Apartments. Als wir gekommen sind und es wirklich in der Musikindustrie einfach so einen krassen Wechsel gab, wo jeder immer gesagt hat, boah 187, die sind halt verrückt und Raph Camorra, der ist nur depressiv und blablabla. Plötzlich war's halt einfach der Shit. Scheiße. Ja, aber... Und wir waren aber genau gleich wie vorher. Also es war einfach kein Unterschied. Von Abneigung der Musikindustrie zum plötzlich, hey, 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 na, wie geht's euch? Das war schon ein Genugtuung, muss ich sagen. Ja, Mann! Nie ohne mein Team, Baby! Erfolgreich! Stuttgart 2016 Palmas Plastiktour. Los geht's! Also Maxwell war schon seit 2016 bekannt dafür, dass er gerne mal Stage dived, ja? Und jetzt heutzutage halt lieber mit nem Boot. Tatsächlich mit so nem Schlauchboot. Geil. Weil ich hier so heim war. Ohne Tabak, ohne Bier. Oder Licht, 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 Licht. Feuerzeuge, alles was nicht... Alter, dieser Unterschied, ne? Ich mein, das ist schon viel. Das ist schon viel. Für die meisten Künstler dieser Welt, 90 Prozent oder so, werden niemals so einen Auftritt haben. Niemals! Und jetzt stell dir mal bitte vor, du bist in einer Lanxys-Arena, wo 14.000 Menschen sind. Krank. Wirklich krank. Das sind sogar die... Ach was! Die waren auch dabei. Die sind bis heute die Drummer. Live-Drummer, glaube ich. Die waren... Den erkenne ich, ja, ja. Die waren auch in Hamburg und so weiter bei der letzten Tour jetzt dabei. Wir haben eine Chaos-Show gemacht, die Ausverkaufskonzert. Waren sie nächstes Mal, wird sie noch größer. Wir hören P&L die ganze Zeit beim Autogrammisieren, trinken Wodka. Danach war dann klar, was die Musik ist und danach hat dann jeder uns plötzlich solche Beats geschickt, weil die den Vibe verstanden haben. Weil das Ding ist, was wir gemacht haben, war ja kein purer jamaikanischer Dancehall. Das hätten wir damals niemandem erklären können. Verbessert mich, wenn ich lüge. Dieser Sound hier. Das hier ist Tim von The Crates. Der hier. Was ist dieser Sound? Wenn der Tag beginnt. Genau. Und wenn der Tag beginnt, ist ein Song von mir von Therapie vor dem Album von 2008. Alter! Den Bass habe ich damals mit einem Keyboard zusammengeschraubt und habe mir gedacht, ich darf nie wieder diesen Bass verlieren. Ich muss den immer verwenden. Ach was! Und deswegen habe ich den am Anfang von meinem Lied einfach alleine laufen lassen, damit er für immer drin ist. Und der Beweis? Der Bass? Ich mach mir keinen! Damit er sich selber samplen kann für immer. Wie geil ist das denn bitte? Ey, das fühle ich aber. Das finde ich cool. Ich meine, guckt euch mal einen DJ Mustard an oder so, der eine komplette Zeit auch genauso wie die geprägt hat, allerdings nicht durch Afro-Trap oder so, sondern durch diesen typischen Bass. Wisst ihr, was ich meine? Diese Chris Brown, Kid Ink, Tiger, dieser Bass. Da war eine Zeit lang, wo zehn Songs in den Charts gleich klangen, nur wegen dem Bass. Wisst ihr, was ich meine? Und im Endeffekt hat er das jetzt so halt mit dem Sound sich gedacht. Ich meine, ist jetzt nicht so, dass der diesen Sound jetzt irgendwie als Prägung genommen hat, aber bei denen ist es halt jetzt diese Afro-Trap-Geschichte. Das ist Wahnsinn, wenn man so Generationen und Zeiten wirklich mit seiner Musik prägen kann. Das ist krass. Das heißt, egal wer auf iTunes auch wenn der Tag beginnt, hat diesen Bass. In jedem Album ist er mindestens, keine Ahnung, zehn, zwanzig Mal drin. Das ist die Geschichte zum Bass. Okay, samplen wir erstmal. Ja, Mann! Ja! Das ist Making-Off. Das habe ich jetzt mal so beschlossen. Rafa und Bones drehen Video. Das ist mit Knarren. Wir sind auf seinem Body. Ihr kennt den Scheiß. Mach mal Lautstärke einmal. Das von Knass, direkt von Knass. Sag mal, was für ein Knass hast. Das ist mit Knass. Weil was plastiges Gold, Aladin! Hamburger Flagge! Jo, ich bin Memset. Ich verstehe kein Wort. Wer war das? Wer war das? Da dran. Hamburger Flagge! Jo, ich bin Memset. Ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Ach, Aladin war das. Bleib so, bleib so! Junge, holy shit! Ha, ha, ha! Ja, ja. Okay. Alter, das ist krass. Wenn man ein Chao Cassado im Team hat, ne? Einfach alles ist musikvideotauglich. Das ist nicht normal. Das sieht alles geil aus. Guck mal bitte! Bleib so, bleib so! Das hier! Das hier! Allein das hier! So, ist dabei? Ja, ja. Okay, also los! Ja, ich bin Memset. Ich verstehe kein Wort. Ich verstehe kein Wort. Was zum Fick! Ja. Oh, wie der die Augen zu gemacht. Wie der die Augen zu gemacht hat. Oh hallo! Oh nein, hallo! Hallo! Also für jeden was dabei, würde ich sagen, ne? Kontra! Nice! 1, 2, 3, 4, 5, plus 2, gibt 7! Ja, hat er gesagt! Scheiße geht nicht, Digga! Scheiße geht nicht, Digga! Wahrscheinlich zu kalt gewesen. Wie geil das mit dem Schnee aussieht, ne? Guck mal, ich mach irgendwas! Ach so! Ja! Sie kommen, weil es glänzt wie... Sie wollen, wie die Wälder sehr gestellig auf der Bank. Eine sehr geschehen und kalt. Alle kommen, wenn sie mit ihren Napfen, glaub ich, nach... Neun, ja. Das ist geil! Findet ihr auch, dass das manchmal so richtige Klassen-Klassen-Ausflugs-Vibes hat? So, ich find das so geil, ne? Ohne Scheiß. Als wären die wirklich einfach nur mit nem Bus unterwegs und tschau, musst du alles filmen und dann ist es ein Musikvideo am Ende. Voll geil! Guck mal, auch diese Doppelbetten und so. Geil! Aber ja, wenn du die richtigen Leute um dich rum hast, glaub ich, ist es einfach krass. Da kann man sagen, was man möchte, ne? Das ist wirklich krass. Boah, dieser Beat alleine, ne? Da, 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 da. Wenn die vergessen, wie es früher war. Der Türsteher sagt, nein, du kommst ja nicht raus. Und heute spielen sie meine Lieder da. Laufen mit Jogginghose an ihm vorbei. Händen Schatz einfach an ihm vorbei. Schaut und Warnicke Spur an ihm vorbei. Stehen bleiben Polizei, ich lauf an ihm vorbei. Was machst du, Alter? Den größten Druck hatten wir bei Palmos Plastik 2, finde ich. Auch viel größer als bei PHP 3. Bei Palmos Plastik 2 war es wirklich so, oh Gott, okay, schaffen wir das jetzt nochmal oder nicht? Und da war ein riesen, also für mich, ich bin auch unter diesem Druck richtig kaputt gegangen. Bei uns war es noch ein bisschen lockerer und war viel optimistischer. Weißt du, morgen ist uns gestern schon der Geld. Ey, wenn wir wollen, dann ist Silvester jeden Tag. Und ob wir sagen, hebt mein Besser jetzt nicht ab. Doch wir heben 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 ab. Boah. Was für ein Vibe die mit dieser Doku aufbauen, ne? Das ist Wahnsinn, wirklich. Boah. Ich erinnere mich an eine Szene, wo ich in meinem Hotelzimmer war und gar nicht mehr raus konnte, richtig. Das war wirklich schlimm. Sozialparanoia und der ganze Scheiß. Und wir uns dann reingekommen und gar nicht mehr raus konnte, richtig. Das war wirklich schlimm. Sozialparanoia und der ganze Scheiß. Und Boons dann reingekommen und hat halt direkt gesagt, ey, Licht auslassen, oder? Hat sich ja ans Bett gesetzt, hat gesagt, ey, guck mal, worum geht's, was ist los? Der, zu dem ich aufgucke, mein großer Bruder ist in dieser Position und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, wie ich da jetzt therapeutisch irgendwie auf ihn einwirken kann. Auch das Gespräch mit Boons hat mich dann überhaupt so weit gebracht, dass es mir möglich war, dann überhaupt auf die Bühne zu gehen. Weil ich einfach, es war, es war zu viel. Es war einfach ein Burnout. Wir sind hier beim allerersten Palm aus Plastik 2-Konzert. Und wir werden als erstes neue Songs hören. Und wir werden als erstes das neue Video sehen. Alter. Wahnsinn, ne? Dieses Lied, Junge. Und bis heute wissen immer noch voll viele nicht, dass das eine Interpolation von, äh, wie hieß das Lied nochmal? Äh, Ticke Ticke Freestyler von Boomfunk MC. Dass es davon eine Interpolation ist. So geil, ne? 2-Minutes Plastik. Den, 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 den. Boah. Ey, ich find's schon gruselig, dass ich die Melodien alle im Kopf hab, aber kaum Texte. Kaum Texte. Aber Melodien? Gar kein Problem. Hab ich alle im Kopf. Wahnsinn. Ich drück aufs Gas. Hör die 500 Minuten. Vorher durch die Stadt geht die Auslösung. Alter, diese Farbbearbeitung. Guck mal bitte. So sieht das erst aus. Ey. Einfach mal nen Sonnenuntergang daraus gemacht. Das war halt was bei uns. Für den war eh klar. Ja, wir kommen jetzt und wir ficken alles noch einmal. Bei mir war ich war da unsicher. Oh, krasse Videos. Ja, man. Alter, wie geil die das zeigen. Ohne Scheiß. Wie geil haben die das in dieser Doku gezeigt, wie es im Musikvideo aussieht. Und dann dieses Echte. Dann dieser Übergang zum echten Video. Geil. 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 Was sind das für Aufnahmen? Was sind das für Aufnahmen? Boah, schau, ne? Wahnsinn, was der Typ erlebt. Da hatte Netflix gefragt, habt ihr irgendeinen Song, der passt, weil da was kommt raus und dann haben die uns quasi mit. Halbe Million Budget einfliegen lassen, gepanzerte Wagen werden es abholen in Mexiko City und was wollt ihr haben? Eine Villa? Kein Problem. Okay, was wollt ihr auch haben? Drei Krokodile, Waffen, Schwammtisch bauen? Okay, kein Problem, wir wollen die haben. Krass. Die haben uns noch die Schauspieler von La Cros, Mexiko, haben die uns noch gegeben. Da sind dann Jesus und Mexiko einen Tag früher hingekommen. Die Schauspieler reden nur Spanisch und Mexiko und Jesus können gar nichts. Man hört es auch in dem Video, in der Pseudokonversation. Ich war schon voll so, weil die haben uns so eine Kiste von mir so Gummiwaffen gegeben, so damit nichts passiert. Und ich bin ja immer voll auf, ey, alles ist authentisch, ne? Die Taschen voll mit Geld, wegen Kokain. Das Prinzip ist bestätig, aber umzuziehen. Meine K... Und hab die ganze Zeit so in die Kamera und tschack und tschack, tschack und zack und wieder rein und durchgeladen und mein Rezim wieder raus und für die Kamera. Und irgendwann war einfach eine Kugel im Lauf. Und ich... Ich wollte erst mal das hier nochmal. Wie geil ist bitte dieser Übergang, wo die zur Seite gucken? Jetzt! Wie geil ist das bitte? What the fuck? Und hab die ganze Zeit so in die Kamera und tschack und tschack und tschack und zack und wieder rein und durchgeladen und mein Rezim wieder raus und für die Kamera. Krasse Doku, Alter, wirklich. Und irgendwann war ich mit dem Lauf. Und ich hab auch immer so abgehört, so klick gemacht, so in die Kamera zu schau, so klick, klick, zack, zack. Und dann so BAM! Ein Schuss geht so auf einmal so in den Boden rein, betonsplittert auf, in mein Gesicht. Ich so, oh fuck, alle so scheiße, er hat sich ins Gesicht geschossen. Was für eine Party! Was für eine Party! Ich hab ihm fast ins Gesicht geschossen, was für eine Party! Auf in mein Gesicht, ich so, oh fuck, alle so scheiße, er hat sich ins Gesicht geschossen. Was für eine Party! Und du? Geil! Wahnsinn, ne? Denga, Dena! Dena, Dena! Dena! Long time is it here! Das war ja da, wo ich auch angefangen habe, in den Interviews zu sagen, ey, für mich gibt es danach noch ein Album, danach bin ich raus. Der Weg darin habe ich mitbekommen, bis er dann diesen Entschluss gefasst hat, zu sagen, okay, ich kann nicht mehr, ich bin raus irgendwo. Stimmt, das war ja. Und dann diesen großen Abgang da gemacht hat in Wien. Stimmt. Jetzt haben wir uns alles zusammen angeguckt, ich erinnere mich da noch dran, alles. Für mich war das kein Marketing-Move. Wir haben natürlich damals darüber geredet, okay, machen wir aber noch ein Palmos-Bastik 3. Aber für mich, für meine Karriere war für mich klar, ich gehe. Wow, welches Lied war das? Welcher Beat ist das, Fran? Stimmt, 3, aber für mich, für meine Karriere war es klar, ich gehe. Wenn es regnet, muss ich an dich denken. Boah, wie geil ist der Beat denn? Digga, das ist ja ein wahnsinnig geiler Beat, Mann. Von wem war das Lied nochmal? Boah, immer wenn es regnet, muss ich an dich denken. Den, 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 den. Boah. Seppl-Idee? Der junge Bones FC. Nur am Grenzen aussetzen, nur am klauen, am S-Bahn surfen, am sprühen, am Autos geklaut, der Holler geklaut, Waffen gekauft, ausprobiert. Viel Basketball gespielt, viel gekifft zusammen. Und das war so unser Alltag, ne? So. Liegen passen mit dem Arschkotten. Tschüss, es kommt. Tschüss, es ist so. Wir sind pausenlos am aufnehmen und machen und tun. Wäre cool, wenn wir die 100.000 knappen. Oh, wie jung. Wir sind... Bones hat gesagt, hast du Bock auf Mucke? Ich hab gesagt, ja. Wir sind zu Jam gefahren, haben den ersten Track gemacht. Seitdem hat Bones einmal, Digga, Auge auf. Ich glaube, der hieß Cappuccino, der Rapper. Ich glaube, Cappuccino hieß der, immer wenn es regnet. Boah. Ist das Jambeats? Ist das Jambeats? Wir haben schnell eins die Gänge gegründet, eins hat sieben gegründet, alle zusammen. Die einen haben Graffiti immer nach, die anderen haben gerappt. Erst mal anmalen, Schlägereien, was man so macht, wenn man zu viel Zeit hat. So, das war unser Tag, ne? Eigentlich nur mit dem Hund Gaste gehen, im Studio und saufen. Im Park. Und jetzt sowas. Wir werden viel zusammenarbeiten. 22087 für Jizzes. Free Jizzes! Free Jizzes! Free Jizzes! F-Type, Bau 6. Warte mal, kommt da nicht der Song, wo er aus dem Knast kam mit dieser krassen Stimme, mit diesem Vocal Sample? Oh, findest du richtig krass? Nein, nur die Hörer wollen das wissen oder sowas ging der Text auch. Das müsste doch danach gewesen sein, nachdem er im Knast war. Nee, dann war das viel früher. Nein, dann war das viel, viel früher. Nein, nein, das war früher. Das war nicht 2016, 17. Das muss davor gewesen sein, oder? War das? Oder wann war das? 0-9 war ganz cool, es geht weiter, dieses... Wobei, vom Text her könnte es sein, ne? War das nichts verpasst? War das 2013? Boah, der Song war so geistesgestört, ne? Hä? Gibt's den hier nicht? Doch da, 2013. Ja! Das ist das. Genau das meinte ich. Ach du Scheiße, war das gut, Alter. Nix verpasst. Ich und Texte, ne? Ja, ja. Krass. Okay, okay. Dann ist das komplett andere Zeit. Ich dachte gerade, aber das ist ja, das ist ja... Also da sieht der ja super jung aus. Stand da gerade ne Zeit, wann das jetzt war? Ich hab dir gesagt, wie es wird, so ist es. Was geht bei Leia Heim? Boah, was ist das? Hallo! Hallo! Ich muss weiter nach hinten. Alter Schwede, Kasu, Alter. Was machst du mit sowas? Rasieren hauptsächlich. Er war so der große Bruder, den ich nicht hatte, ne? Das hatte meine Mutter auch irgendwann mal im Knast gesagt. Da wollten sie dann irgendwie nicht mehr, dass sie mit den Jungs rumhängen oder so. Irgendwas war. Dann meinte meine Mutter so, ja, ey, wenn ihr den Jungen nicht kommen lasst, braucht ihr mich auch nicht kommen lassen. Also, war schon sehr, so großer Bruderersatz, ne? Wenn ein Haus brennt und daneben steht ein Auto, das irgendwie falsch geparkt ist, diskutiert er mit dir über das falsch geparkte Auto und nicht über das brennende Haus. Auf jeden Fall habe ich so dieses Arbeitstier gesehen immer schon, ne? Bones achtet auf Details, die niemand sieht. So, das ist wirklich verrückt. Wir sind damals aufgewachsen gemeinsam im 15. Bezirk, Fünfhaus. Du hörst bei manchen Liedern richtig diese Jugo-Musik aus ihm raus. Für Raff war, wenn Musik gemacht wird, dann ernst. Wir haben damals, ich glaube, so vier, fünf verschiedene Crews gehabt. Man hat so teilweise nicht gewusst. Einmal waren wir Family Beats, einmal Balkan Express. Und diese Jugo-Bauern, diese Clubsbesitzer haben uns immer vertauscht. Sie dachten, wir sind eigentlich Balkan Beats und die waren damals sehr gehypt. Und wir hatten Auftritte und Auftritte und Auftritte, bis die gecheckt haben, okay, das sind die Jungs gar nicht. Also ich kenne Raff jetzt seit fast zwölf Jahren und als er dann beschlossen hat, sein eigenes Label zu machen, haben gesagt, wir machen das zusammen und haben das gegründet und haben dann angefangen, die ersten Platten rauszubringen auf relativ, aus heutiger Sicht, kleinem Niveau. Das war eigentlich so in den ersten Jahren die große Herausforderung, ein Konkurrenz für das Produkt zu schaffen. Mehr oder weniger, doch. Doch, ich habe bei Ronny unterschrieben, ne? Ja, klar. Ja, mein Chef. Konkurrenz für die Veröffentlichungen zu kreieren. Boah, Junge, diese ganzen Platten, ne? Ahhhh. Relativ wenig Budget. Jetzt sind wir schon bei 2022. Wir fahren hier gerade durch Verö, also meine Geburtsstadt. Das ist in der französischen Schweiz am Genfer See. Alter, ist das schön. Das ist wunderschön. Alles tip top. Natürlich, wir waren italienische Immigranten, das heißt, wir haben jetzt nicht in krassen Wohnungen gewohnt oder waren krass in der französischen Schweizer Gesellschaft. Wir waren natürlich Randgruppe irgendwo. Aber es hat mich nicht gestört. Ich habe gearbeitet am Montreux Jazz Festival. Da habe ich gearbeitet für so ein regionales TV-Ding. Da war ich 15 oder 16. Guck mal bitte, wie lange der gebraucht hat. Guck mal bitte, der hat mit 15, 16 seine ersten Sachen in der Musikindustrie und so weiter gearbeitet und so weiter. Und heutzutage wollen Leute mit einem TikTok-Song sagen, dass sie Musiker sind und sich das aufgebaut haben. Alter, guck mal bitte, wie lange es gedauert hat, bis diese Künstler diesen Erfolg haben. Und seit zwei, drei Jahren oder so fangen alle Leute an mit, oh ja, ich habe hier, ich habe das und weiß ich nicht was. Digga, das ist eine Karriere. Das ist halt krass. Das ist halt ein ganz anderes Level. Das ist halt Leben davon. Das hat nichts mehr mit Hype zu tun. Das ist einfach nur davon, das ist, du lebst von der, von und mit der Musik. Wisst ihr, was ich meine? Krass. Und sollte das halt filmen mit dem Kamerateam, so als Kabelträger. Plötzlich kam ein Lied von Lochtco City, das hieß Nice and Easy. Und da habe ich das erste Mal diesen Dancehall-Rhythmus gehört. Mit diesem Lochtco City auf der Bühne. No. Und irgendwelchen Jungs, so quasi aus meiner Stadt, in welcher Algerien mit blond gefärbten Haaren damals schon. Komm auf die Mühe. So und zwar. Ich weiß ganz genau, dass das der Moment war, wo ich mir gedacht habe, boah, krass. Krass. Da, das, das will ich machen. So, die, das ist meine Musik. Legacy, ja. Oder das. Lochtco City war so mit so sein Lacoste Pulis. Lochtco City? Äh. Lochtco City? Welches Lied hat der gesagt? Womit hat der angefangen? Boah, krass. Ich weiß ganz genau, dass das der Moment war, wo ich mir gedacht habe. Und irgendwelchen Jungs, so quasi aus meiner Stadt, in welcher Algerien mit blond gefärbten Haaren damals schon. Komm auf die Mühe. So und zwar. Ich weiß ganz genau, dass das der Moment war, wo ich mir gedacht habe. Boah, krass. Da, das, das will ich machen. So, die, das ist meine Musik. Ich fand's überkrass. Ich weiß jetzt nicht, welchen Song er meinte, ne? Tatsächlich. Okay. 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 Boah. Nice and easy meinte sie. Ähm. Haben wir den hier? Haben wir den hier? Nice and easy. Das muss ja wahrscheinlich schon ein paar Jährchen... Oh, hat er nicht mal hier drauf. Hat er nicht mal hier drauf. Okay, okay, okay. Krass. Was sind eure ersten Künstler gewesen, die irgendwie was Richtung Dancehall gemacht haben? Ich sag ganz ehrlich, bei mir war das erst Elephant Man, glaube ich. Elephant Man, Sean Paul, dann später... Na, was heißt später? Ja doch, Elephant Man, Sean Paul, so diese Richtung, glaube ich, ne? Das war so das erste Mal, wo ich sowas Dancehall gehört hab. Und Lochtco City war so mit so seinem Lacoste Pudi... Aber sonst... Also so ein... Wenig, glaube ich. Es war heftig. Es war wirklich krass. Da ging's für mich los, da wusste ich in Dancehall. War gar... Muss ich ehrlich sagen, war gar nicht meine Mucke, ne? Leider nicht. Krass, das komplette Team ist gleich. Das komplette Team ist gleich. Wir brauchen die Flammenwerfer, wir brauchen die Flammenwerfer und los geht's. Das war auch so krass mit diesem Flammenwerfer. Das Ding ist so riesig, ne? Also dieser GroKo. Boah. Junge. Boah, kennt ihr Tron? Tron, den Film? Unbedingt mal gucken. Der hat so viel Style, ne? T-H-R-O-N. Und die dritte Welt nennen wir Dead-Karneval-Welt. Das ist eine komplett bunte Welt. Ne, das ist die jetzige Tour, oder nicht? Hä, das sind doch genau die Sachen, die ich jetzt in Köln gesehen hab, oder nicht? Die Dinosaurier. Der GroKo. Und die Totenköpfe. Das ist PHP 3. Und so weiter. Das ist nicht PHP 2. Und die dritte Welt nennen wir Dead-Karneval-Welt. Das ist eine komplett bunte Welt. Mexiko-Style. Alles mit so Totenköpfen und so'n Ding. Ja. Das muss aber alles passen. Dazwischen haben wir die Backdrops, die runterfallen für Jizz seine Show. Genau. Das sind für die Zwischendinger, ne? Als Jizzes-Auftritt. Alex Maxwell. Die haben ja auch einen eigenen Background. Die sind schon seit zwei Tagen von früh bis spät hier am Organisieren. Das ist anstrengend. Das ist rasch so. Ein sehr herzlicher Mensch. Aber auch ein sehr ernster Mensch, ne? Sehr businessfokussiert. Zielstrebig. Ich weiß, dass er sich krass Gedanken macht über den Ablauf der Show. Nach das Siemen. Bei uns kommt morgen zu den richtigen Proben und probt seine Sachen durch. Ja, so seht ihr. Das sind die Tage vor der Show. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, heute hier spielen zu dürfen. Einige von euch haben's mitbekommen im Internet. Ein neues Album ist in den Startlöchern. Dazu aber später. Er hat ja immer mit Dancehall und Hip-Hop sozusagen experimentiert und diese Welten zusammengebracht. Mit Ghost war es dann so der Punkt, wo klar war, okay, in diese Richtung geht das jetzt. Ich freue mich schon seit zwei Wochen auf diesen Tag zu sehen. Ich erinnere mich auch tatsächlich, dass früher Ronny, also mein Manager, der sehr, sehr, sehr an mich geglaubt hat, dass er auch immer gesagt hat, ey, Raph braucht einfach einen Hit. Und ich dachte damals, okay, ich komme aufs Level. Boah, so einen braucht man als Musiker, ne? So einen Manager brauchst du, der dir sagt, okay, guck mal her, ich glaub an dich, du hast eine Vision, du brauchst anscheinend bei ihm, du brauchst nur einen Hit, damit die Leute die Vision checken. Und wenn sie die Vision gecheckt haben, dann bist du, dann let's go. Wahnsinn. Der Hit so gekommen ist, auch wenn ich weiß, dass der Song krass war, ist für mich immer noch Zufall. Habt ihr noch was für erstes? Auf dem Film wäre es zu beinem und schlafen. Wo sind ihr die Splash? Niemals haben oder meins? Ich schließe die Tür des Apartments, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Belinda von dem Sack haben auf meine Guestlist. Schon sogar ein Unterstück! Ja, Mann! Bleibt nur direkt vom Splash-Festival. Die CD ist ja am Partei. Boah, ich hoffe, ihr habt die CD noch. Ein wahrer Fan, Junge! Ich hab mich schon immer so voll erfolgreich gefühlt. Also ich hab auch schon, keine Ahnung, 2010, hab ich so viel Weed verkauft, auch mit meinen Cousins und so, dass ich meine 6.000, 7.000 im Monat hatte. Ich hatte meine Kette, wir hatten Autos. Wir haben auch in unseren ersten Videos mit dem Opel Vectra auf Welle gemacht. Und ob das jetzt ein Ferrari ist oder ob das ein Opel Vectra ist. Bounce MC, wieder live für euch auf Prime TV. Es ist 2010, es wird ein heißes Jahr. Siehste, niemand macht Musik, um Geld damit zu verdienen. Jeder macht nur Musik, um nebenbei, neben seinem Hauptjob, neben seinem Hustle, neben seinem Dealen jetzt in dem Sinne. Und dann nebenbei baut man sich das auf, weil dann hat man keinen finanziellen Druck, gar nichts und kann einfach Musik machen, auf die man Bock hat. Raff und Bones sind eigentlich so unterschiedlich, als hättest du hier eine Hälfte gehabt und da eine Hälfte gehabt und wenn du sie zusammentust, hast du so ein Ganzes. Bones ist halt so ein lieber Kerl, der Typ. Raff ist halt ein sehr disziplinierter, kontrollierter Typ, der sich einen Plan macht. Ich habe immer bei mir dieses Buch, das hier. Da stehen sehr, sehr viele musikalische Strategiegeheimnisse drin. Also sehr, sehr viel plane ich immer mit diesem Buch. Das ist eine ganze Show. Das heißt, ich gucke mir alles zum, ich glaube jetzt zum 10. oder 20. Mal an und wir machen die ganzen Visuals. Du musst genau in dem richtigen Moment losgehen. Das ganze Programm, was man dann am Ende sieht, man denkt, das ist alles so bis in halb Freestyle, ist überhaupt nichts. Das ist alles komplett durchgeplant und wenn ein Ding nicht klappt, dann ist das Sinn im Arsch. Ein Raff nimmt das Leben schon viel ernster. Aber das ist ja gerade das Interessante, glaube ich, dass die beiden eigentlich verschieden sind, aber wunderbar zusammenpassen. Das sind die Proben hier gerade, Schauka Souda an der Kamera. Raff, bespricht mit den letzten Sachsen. Sauer, ist auch alle da? Mit Zähnen. Tschüss, es macht gerade einen Soundcheck. Wir gehen gerade einfach die Showen durch von der Show. Ja, Mann. Ja, Mann. Sitze im Mercedes mit der Hand am Sackdruck-Hospital. Für alle meine Taten werde ich früher oder später bezahlen. Aber würde es jeder so machen, hätte ich doch einmal lieber ein. Wir haben auch irgendeine Ebene, die sehr, sehr, sehr gleich ist. Zum Beispiel, es gibt wenige Leute, wo ich etwas sehe und weiß, der andere denkt ganz genau so drüber wie ich. Und das ist eigentlich bei uns fast immer so. Natürlich sind die verschieden, aber auch wieder gleich in vielen Sachen. Also Raff liegt gerne nach Dubai. Bei uns könnte sich Dubai gar nicht vorstellen. Krass. Komplett verschieden, ne? Aber trotzdem... Wahnsinns-Team, ne? Was ist das? Oh, das ist bei Flo, bei Flo tatsächlich das Studio. Diamanten und Furen und Kitten. Kam auch auf hinein in die Binance. Da für alles... Amongst Few. Gehört Flo? Ist auch einer von den Produzenten bei... in unserem ganzen Team tatsächlich. Hat auch ein Studio da. Hat auch einen Klamottenladen da. Tatsächlich. Ich hatte ein richtiges Vorurteil gegen Dubai. Also ich wollte dort nie hin, weil Dubai war für mich nur Nusret und schwieriger Typ mit Philipp-Lein-T-Shirt. Ich dachte, Dubai wäre nur das. Bah, Alter, Philipp-Lein, ne? Aber es gab im Januar, als die Pandemie war, nur zwei Orte, wo man hinkonnte eigentlich. Das war Dubai und Mexiko. Eins und sieben sind nach Mexiko, ich bin nach Dubai. Durch Zufall habe ich einen Typen kennengelernt, einen Österreicher, der seit sieben Jahren in Dubai wohnt. Und der hat dort einen Kaffee aus und hat oben ein Studio. Und als ich dort hinkommen bin, dachte ich mir, krass, das ist das Paradies. Ich kann oben im Studio sitzen. Ich kann per Telefon unten einfach Kaffee rauf bestellen und gucke auf Palmen und habe einfach das krassste Studio. Krass. Ja, Mann. Wie chillig eigentlich, ne? Mehr brauchst du nicht. Was halt auch witzig ist bei der Schaffung des Albums ist, dass Raf zum Beispiel jetzt gerade in Dubai ist. Bones und ich fliegen nach L.A. nächste Woche. Alter, wie groß Bones neben Mary ist, ne? Guck mal bitte! Junge! Das klingt so nach Falco, Alter. Welcher Song ist das? Fran? Welcher Song war das? In Dubai kann man nicht kiffen. Ich kiffe so gerne. Ich brauche Kiffen für Musik. Den gibt's noch nicht. Ach, deswegen kommt der mir nicht bekannt vor. Nein. Warte mal. Was ist in Dubai? Kiffen geht nicht, oder was? Ich kiffe so gerne. Ich kiffe so gerne. Ich kiffe so gerne. Ich kiffe so gerne. Mein bester Zustand ist alleine. Ich habe natürlich auch Spaß, mit Freunden essen zu gehen. Boah, ich verstehe ihn. Aber wenn ich nicht dieses alleine... Oh, können wir in 4K gucken? Ich weiß nur leider nicht, wir sind bei 34 Minuten. Stimmt das soweit? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Okay, perfekt. Oh, wie schön. Warte mal, sind wir hier? Ja, passt, ne? 34... Nee. Nee. Fuck, wo waren wir denn? Hier ungefähr, oder? Ein bisschen weiter. Ein bisschen weiter. Ich habe einen Typen kennengelernt. Ein Österreicher. Perfekt. Boah, sieht direkt viel schöner aus. Krass ist das Paradies. Ich kann hier im Studio sitzen. Oh, diese Quality. Ich kann hier von uns einfach Kaffee drauf bestellen und gucke auf Palmen und habe einfach das krasseste Studio. Und auch die Soundqualität einfach tausendmal besser. Oh, wie schön. Ja, aber für mich ist es besser, Tim. Ja, was halt auch witzig ist, bei der Schaffung des Albums ist das ein Raff. Okay, das hatten wir. Genau, perfekt. Ey, findet ihr auch, dass der wie Falco da rappt? Warum ich mit Raff nicht in Dubai bin und mit ihm zusammen produziere, weil in Dubai kann man nicht kiffen. Ich kiffe so gerne. Ich brauche Kiffen für Musik, sonst kann ich mir einen Beat keine fünf Minuten anhören. Mein bester Zustand ist alleine. Ich habe natürlich auch Spaß mit Freunden essen zu gehen oder eben mal weg zu gehen und bla bla bla. Aber wenn ich nicht dieses Alleinsein dazwischen habe, dann werde ich wahnsinnig. Auf so einem Rooftop gibt es ein Gym, das heißt TK MMA. Das heißt, du kannst Thai-Boxen auf einem Rooftop mit Blick über ganz Dubai. Und das ist ein Gefühl, das ist unfassbar. Das kannst du gar nicht beschreiben. Okay. Dieser Wechsel gerade, ne? Das, was ich mach, macht mehr. Was war das für ein schöner Beat bitte schon wieder? Was war das für ein schöner Beat? Was ist das Schönes? Boah! Boah, ich hoffe, der kommt raus. Der ist ja mega schön. Das, was ich mach, macht mir unfassbar viel Spaß. Das ist ja nicht wie ein Zwang. Das ist ja nicht so, dass ich mir denke, fuck, ich muss ins Studio, aber ich muss es schaffen, ansonsten geht nichts weiter. So, ich habe einfach so Bock. Ich habe so Bock auf das, was ich jeden Tag mache, dass ich sogar vorm Einschlafen manchmal einfach nicht erwarten kann, dass ich wieder aufstehe, dass ich wieder das mache, worauf ich Bock habe. Nämlich trainieren und Studio. Das sind einfach meine Sachen. Ich liebe das. Wenn du Bock hast, jetzt zwei Wochen einfach nur zu trainieren und ins Studio zu gehen, kannst du machen. Wenn du willst zwei Wochen nur Party machen, geht's auch. Das heißt für mich Training, Musik machen. Du kannst weggehen, wenn du willst. Das war das Paparazzi-Sample. Das war auf PHP 3. Und den Song hier habe ich Bones geschickt. Und Bones meinte halt, geil auf jeden Fall, aber lass eine Reggae-Nummer draus machen. Und zuerst natürlich ein bisschen frustrierend, wenn man eine ganze Nummer aufnimmt, ganze Nummer produziert und sie abschickt und dann sagt, lass was komplett anderes machen, aber es ist einfach viel gehalten. Das war so krass. Raff hat ja nur Raff seine Parts aufgenommen für Balmain aus Plastik. Ich muss ehrlich gestehen, ich häng ein bisschen hinterher. Raff hat mir die ganze Zeit Skiz geschickt, aber ich hab ein bisschen reingeschissen. Zu viel Highlife gemacht. Raff hat auf jeden Fall viele Gedanken gemacht. Alles, was er mir geschickt hat, war auf jeden Fall geil. Aber ich bin bald zurück in Berlin. Raff, wenn du das hier siehst, Balmain aus Plastik schon im Kassel. Raff hat einfach diese Geplantheit und Bones hat halt diesen, auch ein bisschen lockeren Witz in der Sache. Und das zusammen ist einfach eine explosive Mischung. Wenn jeder es auf seine Art machen würde, dann wäre es, glaube ich, nicht so genial in dem Gesamtkonzept. Und ich glaube, dass die sich wahnsinnig gut ergänzen. Und das macht Balmain aus Plastik so besonders. Bones geht, und das hat auch Bones gesagt, der meinte, ey, scheiß drauf, es muss sich nicht um jeden Preis reimen, jede Silbe, es muss locker kommen. Das ist Musik, das muss locker kommen, weißt du? Und sogar das gehe ich geplant vor. Weißt du, was ich meine? Will ich lieber halt planen, weißt du? Aber wenn ich mich an Balmain aus Plastik setze, dann weiß ich, wenn ich schreibe, schreibe ich locker. Ich sehe halt in der Planung auch Schönheit. Viele Leute sagen, Marketing ist so trocken. Überhaupt nicht. Für mich ist Marketing große Kunst. Als wir an Balmain aus Plastik 3 am Startschuss quasi gearbeitet haben und dann am Ende das alles geklappt hat. Wisst ihr, wann auch Promo noch Kunst war? Als Kollege noch richtige Alben-Promos gemacht hat. Also so richtig, richtig. Diese bosshaft unterwegs oder mit Königstein diese Show, die die hatten und so weiter. Das war wirklich noch, boah, Premium. Aber heutzutage leider nichts mehr irgendwie. Sehr, sehr schade irgendwie. Mit dem Feuerwerk und Balmain sind uns in die Arme gefallen. Wir haben uns so sehr gefreut, dass alles genauso geklappt hat, wie wir es wollten. Und wenn der Plan dann klappt, ist das für mich eine riesige Erfüllung. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Und wir forschen, ob wir meist waren. Eigentlich wäre es so einfach. Mein Motto im Leben ist Kaizen. Und das bedeutet, du musst immer jeden Tag ein bisschen was krasser machen als am Vortag. Und so neu ist es zu Hause? Helft dich! Ich habe Bock high zu sein, Auto zu fahren und Musik zu hören. Geil! Ich habe Bock high zu sein und Musik zu hören. Ist das geil, Mann! Ich habe Bock high zu sein, Auto zu fahren und Musik zu hören. Boah, sieht das schön aus. Was sind das für Aufnahmen? Er hat komplett andere Hobbys als ich. Er war auch neu, der Song, oder? Er hat komplett andere Hobbys als ich. Und er ist einfach ein super extrovertierter Mensch. Ich bin sehr introvertiert. Ich ruhe mich aus, wenn ich alleine bin. Ich brauche einen Einfluss, am besten noch, keine Ahnung, irgendeinen Maxx oder einen Alex oder irgendjemand, der dabei ist, wo noch so ein bisschen so mitgrooved. Das ist für mich nicht zum Aushalten. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so viele Sachen in meinem Kopf vor sich gehen, dass ich diese absolute Ruhe brauche, damit ich überhaupt diesen ganzen Gedanken Platz geben kann. Weil, wenn du mit Leuten bist, die alle dich zuquatschen mit irgendwas und du hast dann noch voll viele Gedanken, dann ist es einfach viel zu viel. Weißt du, was ich meine? Was seid ihr? Was seid ihr? Seid ihr eher wie Bones, extrovertiert? Und wenn ihr irgendwas macht, müsst ihr Menschen dabei haben? Oder seid ihr eher wie Raff, eher introvertiert und braucht eure Ruhe? Also ich bin definitiv wie Raff eher. Definitiv. Also wie Bones kriege ich nicht hin. Habe ich im Studio gesehen. Ihr seid ja alle wie Raff. Was ist denn hier los? Alle introvertiert, okay. Ja, ich fühle es zu tausend Prozent. Tatsächlich. Ich fühle das. Ich weiß auch nicht warum. Alleine mache ich viel bessere Samples und sonst was, als wenn ich mit anderen zusammen in einem Raum sitze oder so. Ich weiß nicht. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ist wie beim Zocken. Wenn ich zocken streame, bin ich immer schlechter, als wenn ich privat zocke. Keine Ahnung warum. ... zu ordnen. Druck. Druck, glaube ich. Woah. What the fuck? Wir haben sogar Drone, Bass und C. Wir haben beide in irgendwelchen Kellern, wo es von der Decke getropft. Haben wir auf Xs nicht rumgetanzt zur Jungle Musik. Original Nothing. Ich habe angefangen mit Grunge mit elf. Das erste, was ich gelernt habe, war halt wie jeder in den 90er Jahren. Nirvana. Musikallischen Vorbilder von Rafa Müller kreuzen sich oft. Von Grunge über Reggae. Reggae-Musik bin ich immer sofort eingeschlafen. Also ich habe viel Reggae-Musik gehört zwischen dem ersten und vierten Lebensjahr. Habt ihr Grunge gehört? Also Grunge ist Nirvana. Das ist so Grunge. ... nichts anderes gemacht, als Gitarre zu spielen. Ich habe es mir selber beigebracht, auch damals. Und dann habe ich mit zwölf eine Gothic-Metal-Band gehabt, wo wir auch sogar einen Wettbewerb gewonnen haben, damals in Österreich. Echt nicht? Krass. Nirvana, heftig. Dann so von Gothic-Metal rüber so in so richtig Dark-Black-Metal. Ganz viele Ideen habe ich im Training. Immer sehr, sehr viele im Training. Du musst eigentlich komplett abgelenkt sein, weil dann kommt das Ding. So je weniger du an die Sache denkst, desto mehr kommt. Ja, guten Sensi, was geht ab? Schönen Besuch. Alter, was ne Aussicht. Vier Uhr nachts. Wir drehen ein bisschen an der Doku weiter. Und ich frag dich in L.A., was abgeht. Ach, die fragen sich so gegenseitig jetzt. Oha, was ist denn mit ihm los? In der Haftung, dass nichts gebrochen ist. Meine Rolex ist noch da. Ah. Da hab ich ein blaues Auge. Let's go. Okay. Ja, gut. Boah, dieser Beat. Camina Burana. Oh. Jetzt mal ernsthaft, ne? Wer hat ihm bitte ins Auge eine geballert? Der muss ja genauso groß gewesen sein wie der, oder? Oder wenigstens eine Armreichweite bis zu seinem Auge hoch. Junge, was haben die gemacht? Was ist da passiert? Ey, und mit der Aggression, mit dem Stress geht der in den Song rein. Ist eigentlich geil, ne? Boah, der Song war einer der besten, finde ich, vom Album. Ich hab den so hart gefeiert, den Beat, ne? Boah. Ich freu mich auf Raff, ich freu mich aufs Studio, ich freu mich auf Palmas Plastik 3. Es wird geil. So ein Football-Spieler. Aber wir fahren ohne solche. Ey, erklärt mir das mal bitte. Ich versteh diese Balance nicht. Ist das wie bei einer Bong oder sonst was? Dass im Endeffekt in den Ballon der Dingens reingepustet wird und daraus ziehst du dann? Oder wie? Und wie wird das da unten in diesen... Was passiert da unten in diesen... Da unten drin? Was passiert damit da? Kommt da Gras rein dann, oder wie? Und das wird dann verdampft nach oben in das Ding und das ziehst du dann rein, oder wie? Ah, eher wie so eine Shisha, okay. Und das Inhalt... Ist das krasser als normal, oder wie? Oder schmeckt... Ach, ist ohne Tabak komplett. Okay. Hm. Ne, ne, das sind gerade nur... Das ist gerade dokumentarisches... Das ist hier gerade einfach nur... Wir wollen Wissen erlangen, okay? Das darf uns niemand nehmen. Niemand darf uns das nehmen. Niemand darf uns das nehmen. Wir verherrlichen nichts. Ja, wir machen hier nicht einen auf, das ist gut oder sonst was. Wir sind neugierig. Und wer für Neugierde bestraft wird, also... Skizzen gemacht hab, 10, 15, 20 Stück. Und danach gehen wir zusammen ins Studio und arbeiten... Das ist schon krass, ne? Wenn das RAF sozusagen die 10, 15 Skizzen anfängt und Bones noch gar nicht so im Endeffekt da involviert ist... Alter, kurze Pipi-Pause. Äh, ja? Ja? Wollt ihr Pipi-Pause machen kurz? Machen wir. Machen wir kurz. Machen wir kurz Pipi-Pause. Rein da! Also Bones, wir haben den großen Luxus, dass wir aus einem Pool aus angefangenen Songs die verbessern können. Mhm. Wie bist du bis jetzt? Wie ist mein Schalter? Du musst ja sowieso ein paar Tage aufschreiben. Das war ein paar Tage. Ein letztes Mal. Also ein typisches Beispiel ist das Anliegen vorbei. Da gab's von mir eigentlich schon die Melodie, den Beat und alles. Aber mein Text war gechillt in der Strandbar, bla bla, irgendein Scheiß. Ja? Und dann ist halt Bones gekommen. Dann haben wir zusammen komplett alles umgeschrieben. Und so passiert es eigentlich bei fast allen Songs. Ich arbeite an dem Song, bis mir was kommt. Weißt du? Ich zwinge mich sozusagen. Ich zwinge meine Kreativität. Er ist halt viel mehr so ein Feeling-Typ, ein Vibe-Typ. So was kannte ich gar nicht. Weißt du? Ich meinte zu ihm, okay, lass arbeiten. Er meinte, ich mag das Wort arbeiten nicht. Dann meinte, okay. Was soll ich denn dazu sagen? Grooven? Das ist schon besser. Komm mit Grooven. Lass doch mal uns um zwölf treffen zum Grooven. So viel Glück. Was war das nochmal für ein Lied? Aber ich habe keine Nr. 2. Sticken meine Mädchen wie Glüh. Sean Paul wie Glüh. Das war auf PHP 3, ne? Das Lied. Hol' ein paar Schlampen da mit an. Die eine ist blond und die haben die Brüder. Hol' ein paar Schlampen da mit an. Hol' ein paar Schlampen da mit an. Hol' ein paar Schlampen da mit an. Manchmal war es halt auch wirklich so, dass ich vor ihm saß. Er saß halt da auf der Couch. Und dann habe ich sogar den Beat nach vorne gebracht. Komm, schau. Vielleicht wäre das ja ein Anfang. Der eine sagt sehr technisch und der andere dann hat die Lockerheit bringt. Durch sein lockeres Denken oder durch sein Bauchgefühl. Weißt du was ich meine? Dann passt es doch perfekt. Wie bei einem Krokodil. Eine ganz lange Aufladphase. Und dann macht er und dann kommen ganz krasse Sachen. Dann ist er auf dem Feier und dreht sich auf seinem Stuhl. Bei mir ist es halt komplett anders. Ich habe dafür nie den Drehmoment auf dem Stuhl. Ich bin halt immer gleich kalt. Durch die Stadt im Kampion. Welche Stadt? Natürlich L.A. Baba. Richtig gut. Wenn ich mit Rappern gearbeitet habe und es ging um irgendwas Gesungenes. Habe ich dem das vorgesungen und der Rapper konnte es nie nachsingen. Am Ende war das immer irgendwas singen und dann musste man das Flexpitchen. Und bei Bones, ich wusste gar nicht, dass er so musikalisch so krass begabt ist. Holt die roten Becher, Pappteller und Besteck oder was? Bei uns. Flexpitchen ist, by the way, selber die Noten ändern. Wie Autotune und nicht automatisch, sondern selber. Es gab nichts, was man ihm vorsingen musste, weil er einfach richtig krass war. Das freut mich doch zu hören. Die haben eine Küche im Studio. Das ist so geil. Die haben einfach eine Küche da. Ich mach seitdem ich zwölf gehst. Das wird immer besser. Das ist eine sehr gute Sauce. Schon geil, ne? Im Studio. Ich habe ja alles auf meine Party gesetzt. Ich habe ja komplett meine Stadt verlassen. Mein komplettes Umfeld. Und bin alleine in eine Stadt gegangen, wo ich niemanden kannte. Also kein einziges. Es war ein anderes Land, wird gesagt. Da, wo er dort geblieben ist und wo ich ihm so mit Synthesizer sah, wo er da in dieser Pennerbruch, wo der Schlimmste geblieben ist. Mit irgendwelchen Punkstern habe ich gewusst, okay, dieser Typ meint es ernst. Weil, wozu soll sich jemand sowas antun? Irgendwo wegzuziehen und alle stehen zu lassen für seinen Traum. Ich hatte ja auch keine Familie, wo ich essen gehen konnte. Das heißt, ich war komplett auf mich allein gestellt. Das war für mich ewige Eiszeit hier irgendwie gefühlt. Und das hat auch wirklich viel damit zu tun, weswegen zum Beispiel ihm eine Goldplatte viel mehr wert ist als mir. Genau. Weil er ist damals aus Wien nach Berlin gekommen. Er hat so viele Leute produziert, er hat so viele Leute hochgehen sehen. Ich hatte immer nur meinen 187. Was 187 sehr großen Erfolg auch gegeben hat, war halt, dass die Leute gesehen haben, ey, die Jungs, das ist wirklich so. Dass man auch wirklich in den Videos sieht, ey, die Jungs kommen mit. Das ist nicht so, hey, für die Kamera und dann, wir sehen uns wieder drei Wochen nicht. Die Kette brandneu, ja, wir machen Geld. Bis hier läuft, neue Ware ist bestellt. Fahren im SL, bin ja viel zu schnell. 187, Hamburg-West-Barenfeld. I get money, I get money, I get money. Wir haben heute Muschi und Penis zu go. Habt ihr Lust da rein? Attacken! Wir sind auf der Reeperbahn gerade, wir drehen ein Video. Wir fallen aus Plastik 3, aber sag's keinem. Und Raffe stehen da oben. Aber wir müssen ja immer noch einen draufsetzen. Jetzt stehen wir auf Susi Schober obendrauf. Tausendmal haben wir schon hier gerappt. Eines ist das mal durchziehen. Da passiert so viel. Meine Fresse. Erinnert ihr euch noch an Machen, Geld und Wuff? Die drei Eier? Das sind die. Ausgewachsen. Über die ganzen Jahre. Was? Was ist das denn für ein geiles Detail? Das wusste ich gar nicht. Die Eier, das sind die drei Velociraptoren oder was? Die drei Eier? Da hab ich ja nie drüber nachgedacht. Über die ganzen Jahre. Ich weiß nicht mal mehr, dass da Eier waren. Ich weiß nicht, wo jeder steht und was jeder für eine Aufgabe hat. Man muss es nicht mal mehr ausbrechen. Wie geil. Positionier dich einmal. Alle sind bereit. Hinten alle Hände hoch. Ich glaube nicht, dass ich das auf YouTube hochladen darf. Nein, ich glaube nicht. Ich bin 13 Jahre alt. Ich bin 13 Jahre alt. Ja, ich bin groß! Wenn du die ganze Zeit nur auf diesen Berg schaust und du kletterst, 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 hast du ja gar nicht gelebt auf dem Weg dorthin. Weißt du, du hast nur dich auf dieses Ziel fokussiert. Du hast nur in der Zukunft gelebt. Ja. Und so war das bei mir. Das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede zwischen Raph und mir. Ich hatte nie so wie Raph irgendwie so ein Ziel. Es hört sich immer so scheiße, weil der Weg ist das Ziel. Aber tatsächlich ist es der Weg das Ziel. Er hat diese Goldplatte von der Weite nie angeschaut, ich schon. Natürlich gab es Ups und Downs und dann jetzt Jizzes in den Knast und dann ist da wieder einer gestorben oder da jemand gestorben. Aber ich hatte nie diese Tiefpunkte. Ich glaub, es klappt jedes Mal. Cheers, drauf eine Flasche Meiskal. Jeder Kackewort, den es gibt, hat seinen Platz so aus dem Regal. Dann galascht die Kopfes aus Gold. Mach Kunst und mach ich jeweils. Ja, ja, ja. Hab sehr viel Erfolg. Und dann ist das mein Knall. Das ist eine Story, ne? Wahnsinn. Wenn es einen dritten gibt, dann sind es Raph Bones und Schau, dass es Palmas Plastik ist. Ich kenn niemanden, der so sehr für die Kunst lebt wie Schau. Er hat sich wirklich seinen Arsch aufgerissen in den letzten Jahren einfach dafür, dass es auch so jetzt ist, wie es jetzt ist. Ich glaub, ohne die Schauvideos wär... Das stimmt. 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 Ich find das faszinierend. Der hat doch gar keinen Bock. Das stimmt. Das stimmt. Und wenn ich irgendwann mal entschlossen habe, mir das Logo zu tätowieren. Und als Bones das gesehen hat und wir kannten uns vielleicht vier Wochen, das war kurz nach Jamaika, hat er sich einfach das selbe Tattoo gestechen lassen. Also einfach, ja ich will auch das. Eigentlich meine ganzen Tattoos sind alle aus irgendeiner Laune raus entstanden. Eigentlich immer spontane Tattoos. Wer wissen will, woher das Palmos-Plastik-Logo kommt, der googelt nimm. So, ab geht's oder was? Mal mit diesem unauffälligen Bus. Hasch. Was? Auch ganz ganz. Katuri. Wo was die? Das ist Graf Kamorra. Die machen mich fertig, ne? Wir haben nie sowas gehabt. Wir haben immerhin sowas geschlafen. Diesmal haben wir uns das gegönnt. Auf der letzten Tour einmal zu reisen wie Stars. Und Katrin war auch mal dabei. Ja man, welcome to my crib. Boah ist das schön. Was ist das? Das ist aber... Das ist auch neu. Das ist auch neu. Oder? Den, 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 den. Das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Ich geh. Ich weiß, dass du zu weh. Ah! Boah war der Song schön. Holy shit, ich hatte den ja gar nicht mehr im Kopf, man. Boah, den muss ich aber mal wieder hören, glaube ich. Tunsch, hi! Na mein guter, wie geht's dir? Schnuggi. Wir sind hier in Bremen, das ist unsere erste Show heute. Ewig nicht gehört, den Song. Krass. Das meinte ich. Guckt euch das mal an. Boah! Boah, wir fangen wieder an. So Leute, jetzt hörst du die Halle aber schneller. Ich sag euch das. Ja? An den Kram. Du bist an den Eingang. Oh, Tunsch, danke schön Brudi. Danke für dein... Scheiße. Mein Vater war erster Musiker. Später hat er da viele Collagen gemacht. Er ist mit Sachen sehr zufrieden und nach einem Jahr denkt er dann, was ist das für ein Scheiß. Und bevor er das überhaupt in irgendeiner Ausstellung gehängt hat, hat er das schon wieder weg gemacht. Egal ob andere Leute das extrem gefeiert haben, da bin ich ihm sehr ähnlich, glaube ich. Das muss man sagen, was sie nicht anbocken an dem Video, wenn er dann still das aufleitet. In Videos von 2016 sind Menschen drin, die zum Beispiel andere Menschen verraten haben. Da sind Menschen drin, die man einfach nicht mehr in Videos haben will. Ich will nicht neben jemandem rappen, der mir danach irgendwann, zwei, drei Jahre später irgendwann in den Rücken gestochen hat. Deswegen... Leute, die damals dabei gewesen sind, die haben das miterlebt. Die haben diese ganzen Monster-Blogs gesehen, die haben das alles miterlebt und die wissen quasi... Die haben was, was die anderen nicht haben. Und das finde ich einfach geil. Und ich meine, die Videos haben ja alle ihren Zweck erfüllt. Weißt du? Die Videos haben alle gezogen, haben alle gepusht. Es waren alle krasse Videos so. Sag es wieder und wieder. Ich hab ein Team, ja. Bones ist der Leader. Wir 1, 8, 7er. 1, 8, 7er. Alle sind gedrückt. Die Trittler gehen hoch. Diesel und Cheese, ey. Puff, Puff. Wheatpacks im Eastplex. Schnapp, schnapp. Gefährlich. Kisses und Puss. Runterstrom wieder runter. Alle runter auf den Boden. Wenn er los bei... Aber mir haben sie nicht gesagt, dass ich das offline nehmen muss. Hm, okay. Crazy. Wüsste ich gar nichts mehr von. Ich glaube, mein allererstes Konzert war in der Röhre in Stuttgart, vor 600-700 Leuten. Und das war dann auch bis zum Ende mein größtes Konzert. Dann, als sie zur Free Jesus Tour kam, das war 2013, da war das Größte, was sie gespielt haben, der C-Club. Das sind 700 Leute, ne? Das ist angefühlt wie 10.000 Menschen. Eins, zwei, drei! Junge, das ist so unglaublich, ne? Also, jeder, der dabei war, es war so unglaublich. Hier unten stand ich die ganze Zeit, wenn das in Köln war. Hier so, da unten so. Oder hinten auf der Bühne. Oder hier. Sau krass. Also das mitzuerleben, zu sehen. Wahnsinn, wirklich. 14.000 Menschen, ne? Also falls das in Köln war. 14.000. In einer Villa, wie der hab ich geträumt. Am Meer, am enjoy. Fuck and out. Wie ein Bunsen, buchnette und geblonde. So fällst sie, bis ich komme. Bis ich komme. In Mellor, in the Pire. Aufräumen. Und Kreise, statt bis jetzt mit Abstand. Ne, glaub ich nicht, Kreise. Achtung, Achtung. Hier ist ein Hohen. Hallo, wie süß ist der denn? Hallo. Lass mich zur Ruhe. Ich bin ein Geist, Geist, Geist. Taxi. Hier wird gerade das Taxi gebaut. Das war auch eine krasse Geschichte, ne? Das war einfach das 1 zu 1 Taxi aus Taxi, Taxi, ne? Gerade umgebaut. Anlage kommt hinten rein. Das war ein Taxi, ja? Alles handbereit. Taxi, fahren nach Nien vorbei, hör's hin beim PRP 3. Bester Teil. Ich f*** deiner Mutter. Ich f*** deiner Mutter. Digga, das ist halt Frankreich, ne? Boah, ich bin eigentlich, muss ich sagen, echt froh, dass ich nicht da aufgewachsen bin, ne? Also meine Familie wohnt halt, also von meiner Mutter in Paris, aber außerhalb. Also in diesen Bereichen, Chartre-en-Ger, nennt sich das. Und da sieht's halt ungefähr genauso aus. Das sind halt ganz, 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 ganz üble Ecken, Alter. Ey, ich bin so froh, dass ich da nicht wirklich groß geworden bin, Mann. Also ob man da ne wirkliche... Boah, das ist übel. Ich mein, die verbrennen halt wirklich einfach irgendwelche Autos. Wisst ihr, was ich meine? Das ist in Frankreich irgendwie... Irgendwie ist das so ein Volkssport, glaub ich. Taxi, Taxi, Feuer. Das ist der geilste Einstieg gewesen. Ich brauch das nochmal. Hallo. Bester Einstieg. Wieso wurde Simba nicht hochgeladen? Zu lang das Video gewesen. Hey, das ist doch... Hey, das erinnert mich voll an... Whoopdi. Oh mein Gott, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich's wieder. Ich erinnere mich an... Ja, egal. Soll ich dir ein Bescheid anbauen? Ja. Ja, scheiße, Alter. Heute kann sein, dass ihr Blut fließt. Fufis, Tussi, B, gestreckt an die Tourist. Fuck, Mann. Ja, da wurde ich vor einem halben Jahr oder so, glaub ich, gefragt, ob ich Samples in diese Richtung hatte. Ah, fuck! Und ich hatte natürlich nichts, was in diese Richtung gegangen ist. Und jetzt seh ich, was ist daraus geworden, wo ich nichts gemacht hab. Scheiße, Alter. Sein, dass ihr Blut fließt. Fufis, Tussi, B, gestreckt an die Tourist. Chisses und Bones, Hauptsache noch nicht. Ich mit uns, bau dich nicht auf. Welttunner und Dangerous. I just want a big watcher. 1 zu 1 gleich? Nein, absolut gar nicht. Also vergleich mal die Stimme im Hintergrund und vergleich mal Whoopdi. Das ist, das ist nicht 1 zu 1 gleich. Fulgsmengang! Abziehen, abziehen, wir haben die Wurme dabei. Bones wäre ohne mich viel, viel größer geworden als ich ohne Bones. Also ohne RAF wäre das nicht so explodiert. So, lo? Wie süß! Ja, was ist das? Was glaubst du, Bruder? Was glaubst du? Wie süß, die gegenseitig sagen, ohne den anderen wäre es niemals so abgegangen, beide. Ich habe Dinge, in denen ich sehr, sehr, sehr stark bin. Aber ich glaube, dass diese Dinge nicht gereicht hätten. Ich hatte einen richtigen Scheißvertrag, ich habe 80% abgegeben. Dadurch, dass ich RAF kennengelernt habe, wurde ich so schnell wie möglich rausgeholt und hatte auf einmal einen Deal, wo ich 80% bekomme und 20% nur abgebe. Ich war zu sehr auf einem Gebiet stark. Und bei Bones war es halt auch genauso. Der war halt auf einem Gebiet sehr, sehr stark, aber ihm hat das andere gefehlt. Aber es hat schon RAF gebraucht, um das nochmal aus mir rauszukitzeln, was noch möglich ist. Was die Songs von Bones und mir ausmacht, was die unterscheidet zu ganz, ganz vielen anderen Künstlern ist, bei uns gibt es ganz viele Hooks. Du hast einen Part, danach hast du irgendwie so eine Hook, danach hast du einen Part von ihm, dann kommt so eine Bridge, die aber genauso eine Hook sein könnte. Das ist, weil Bones an Songs rankommt, die eigentlich schon fertig sind und da aber dann seine eigene Hook drüber macht. Ich komme mit meiner Sache ran, dann kommt Bones mit meiner Sache. Mato, danke schön für deine zwei Monate. Vielen, vielen Dank. Und dadurch sind die Songs halt nie langweilig. Heute Köln, Langsir's Arena, ausverkauftes Haus. Astrid hat für mich mein Bühnen-Out-Trip hier schon mal zurecht gemacht. Nein, Liste ist voll. Aber Saphir, ohne Scheiß, Saphir auch so ein netter Kerl, wirklich. Nee, wirklich, sorry. Du rufst doch immer nur an, wenn du was willst. Was ist das gerade für ein Bild? Was ist das jetzt gerade hier mit seinem Volcano-Gedönse da, mit einer Hello Kitty und mit einer Maske? Digga, was ist das für ein unglaublich gutes Bild? Nein, Liste ist voll. Ist komplett ausverkauft. Liste ist komplett voll. Du rufst doch immer nur an, wenn du was willst. Dann guckst du dir gerade da nichts zu machen. Da stehen sie gerade alle und geben ihre Jacken ab. So nah an Don't Sam Seed. So nah? Erkennt er ihn? Der hat ihn nicht erkannt und jetzt sieht er das Video und denkt sich, nein. Oh, das war jetzt Köln. Das war Köln, ja, ja, ja. Das war Köln. Ja, Mann. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Unten. Oben. Boah, ist das Gänsehaut. Das ist der Typ, mit dem ich damals im Kinderzimmer von Norbert aufgenommen habe, auf irgendwelchen Jugo-Beats. Auf irgendwelchen Jugo-Beats. Das hat er heute geschafft. Geil. Also dieser Erfolg, den er heute hat, macht mich sehr stolz. Ah, die Aufnahme habe ich in meinem Vlog auch. Danke an Schau. Ja, macht mich sehr stolz. Genau die, ja, Mann. Ganz viel Liebe. Hallo, San-Gemers. Ah, ich bin im Video drin. Ja, Mann. Ich habe es geschafft, Mama. Mama, Mama, ich bin im Video. Ich weiß nur, wie es war im September, in Barca auf der Treppe zusammen. Wir sagten, keiner von uns wird sich verändern, nein, denn bei uns wird das sicher niemals erfahren. Ich weiß nur, wie sie sagen, wenn Geld kommt, spätestens dann wird es sich nicht knallen. Krank einfach, nirgends. Heimspiel, Digga, make it good, Digga. Das ist nicht nur für den halben Millionen. Ja, Bruder, das setzt sich im Knast auf. Was denn sonst? Das will ich hören. Das Ding noch mitnehmen, ist mir auch egal jetzt, Digga. Scheiß drauf. Die fünf Monate, was sollst du mir festhalten, wie lange? Lass mich in Ruhe. Hört mich, neuer Leute auf der Gästenliste, alle sind da, schöne Grüße an alle. Ich weiß nicht, man muss bei dieser Doku einfach nur grinsen. Ich grinse die ganze Zeit einfach nur. Ich weiß nicht, die kriegen es hin, ein Vibe aufzubauen, wo man sich einfach nur denkt, ich wäre so gerne ein Teil davon. So, wisst ihr, was ich meine? So, 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 Wu-Tang-mäßig, so, keine Ahnung, so. Eine Gruppe an Jungs, die einfach Spaß haben. Die einfach nur Spaß haben, Alter. So sieht das Ganze, und dann auch noch wirklich in einem unglaublich krassen Video. Ne, also... Aufwand und Stress, dass man hier niemandem die Gefühle verletzt. Alle wollen auf die Gästenliste, private Freunde, Familie, Gäste, Cousins, alles. Das ist so schwierig, ne? Die Armen tun mir auch echt leid. Und jeder will was von denen, ne? Was macht der? Ist der dran, oder was? Boah, was ist hier? Also, Palmos Plastik hat alles verändert. Palmos Plastik hat genauso verändert wie 2003 in Gru Berlin. Die haben so eine Tür geöffnet halt, dass man sich das auch selber traut oder fragt. Ich finde, die haben die Tür geöffnet, dass man Straßenmusik tanzbar gemacht hat. Wirklich. Guck mal, wie geil Boaz und Raff das machen. Kann ich auch da hinkommen? Kann ich auch mit meiner Stimme so Sachen machen? Deutschrap wurde klubtauglich. Damals war es so, wir haben das Album geplant. Und als Boaz das erzählt hat, war sein Feedback, dass er eine SMS bekommen hat von einem Mann der Industrie. Ich habe nichts mit ihm zu tun. Ich weiß nicht, wer meine Nummer hat. Er hat mir geschrieben, bitte mach das Kollabo-Album nicht mit Raff. Mach nichts mit Raff, kein Mauer. Ich habe das so stehen lassen. Eins, zwei, drei Jahre. Und dann habe ich irgendwann geantwortet und meinte so, Na, bist du immer noch der Meinung, dass ich das Kollabo-Album nicht machen würde? Einmal eine Ansage bitte. Ihr seid alle auf der Bühne herzlich willkommen. Aber bitte unter keinen Umständen holt irgendjemand auf der Bühne sein Telefon raus. Das habe ich nicht gehört. Da stehe ich. Neben Dadern. Da bin ich das. Dadern. Digga, das wusste ich nicht, ne? Ich habe eiskalt auf der Bühne mein Handy rausgeholt. Eiskalt. Wollte eine Story machen. Kommt der... Ah, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie der Security von denen heißt. Alka... Ne, ähm... Wie heißt er? Martin, Martin, glaube ich, ne? Der Kollege von denen. Kam dann zu mir. Weg mit dem Handy! Ich so, wow! Was ist denn jetzt auf einmal los? Hier sind doch alle. Mein Kameramann stand neben mir und hat gefilmt. So, wir haben doch alle. Also jeder... Ne, aber keiner hat ein Handy draußen. Ich habe es aber nicht kapiert. Ich wusste es nicht. Hat mir keiner gesagt. So, äh... Ganz komisch gewesen. Okay, hier ohne mein Team gehen wir alle auf die Bühne. Aber keiner holt sein Telefon raus. Ey, Benjamin, Dankeschön für die 100... Ach, das ist sein Cousin. Ach, das wusste ich gar nicht. Das ist sein Cousin. Ah, interessant. Okay. Jaja, der hatte mir dann gesagt so, ja, Handy draußen. Ich hatte gar nichts kapiert, Alter. Benjamin, danke für deine 100 Bits, Mann. Kurzes Hallo. Ich wünsche dir eine gute Nacht, mein Guter. Schlaf gut. Schlaf gut. Kommt wieder nach Hause. Dankeschön, viel Spaß. Ach, das ist doch Christian, ne? Ekalin. Mit einem schönen Burberry-T-Shirt. Na dann. Geil. Bro, ich war so full am Ende, ne? Ich war am Ende so full. Kein Mensch kann sagen, Pannos, weiß nicht, das ist ein Hype, genau. Wenn, dann war das ein sechs Jahre langer Hype, den wir angefangen und wieder beendet haben. Das erste war, ey, guck mal, hier sind wir mit einer neuen Musik. Das zweite war, ey, so... Was ist denn mit dem Sound gerade los? Oh, ein bisschen der Shindy-Effekt gerade, ne? Das ist ein Hype, genau. Wenn, dann war das ein sechs Jahre langer Hype, den wir angefangen und wieder beendet haben. Eieieiei, da bist du aber ans Mikrofon gekommen. Mit einer neuen Musik. Das zweite war, ey, so... Hey, guck mal, wir haben die Musik jetzt etabliert. Hier habt ihr nochmal einen Teil. Das ist halt das Ding, ne? Scheiß auf Hype. Etablieren, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ähm, ja, ich hab es fertig. Hahaha. Ich weiß noch nicht, wie ich mich morgen fühlen werde bei dem letzten Song. Boah, Junge! Und wo uns wird ja gar nicht auf der Bühne sein. Ich meine, in der Doku kann ich so sagen. Wir machen ja morgen eine richtig krasse Aktion. Die Polizei hat sich wieder angekündigt. Jetzt haben sie uns gefickt. Davor haben sie uns gefickt. Straßenwandel, Menschen, Backstash, Polizei, Urunde. Stimmt, die wurden ja hops genommen, da. Oh, Bayern, Alter, ne? Ich möchte von meinem Menschenrecht Gebrauchten machen? Dann hören Sie mir jetzt darauf, kurz zu. Nein, nein, nein. Ich möchte von meinem Menschenrecht Gebrauchten machen? Okay, jetzt können Sie gehen. Also Beweissicherung zur Aufwendung von... Welcher Straftat? Wie die sich zurück... Wie die sich richtig zurückhalten müssen. Gerade nicht komplett, die zu beleidigen oder so, ne? Nie wieder 187-Konzert oder 10 Jahre Gefängnis. Und jetzt müsste dieses TikTok-Meme kommen. Hier, nehmt mich. War klar, dass Maxwell durchdreht. Ah, geil. Ah, Junge, ey. Deine Hände! Ich habe die Hände! Zeug deine Hände! Ich dachte, Bones ist abgehauen. Ey, wie die es übertreiben, ne? Ich will von keinem, dass er irgendwelche illegalen Mittelmorgen mitnimmt, weil damit gefährden wir irgendwie die komplette Produktion. Die werden uns auf jeden Fall filzen, da gehe ich von aus. Die werden auch auf jeden Fall nach der Show kommen. Das heißt, solange ihr nichts dabei habt, ist alles cool. Wir haben genug Anwälte vor Ort. Wie geil ist das denn? Wir haben genug Anwälte. Das ist Martin, ne? Er hier unten. Dabei habt. Wir haben genug Anwälte vor Ort. Wollen wir uns wieder hochschmeißen? Wollen wir uns finkeln? Ich habe nur Anwälte. Boah, ey, man könnte so viel aus dieser Doku für Intros von Songs nehmen, ne? Jetzt mal ernsthaft. Ohne Scheiß. Das ist... Was, was, was? Was soll ich gucken? Für die komplette Produktion. Die werden uns auf jeden Fall filzen, da gehe ich von aus. Die werden auch auf jeden Fall nach der Show kommen. Das heißt, solange ihr nichts dabei habt... Geiler Zeep. Geiler Zeep, Mann. Ist alles cool. Wie er auch noch in die Kamera guckt. Wir haben genug Anwälte vor Ort. Wollen wir uns wieder hochschmeißen? Wollen wir uns finkeln? Ich habe fünf Anwälte. Heute bin ich nicht nur einen Schritt voraus. Ich war mir mal ein Anwalt bei mir. Alle der Anwälte ist bitte einmal die Hand heben. Das ist jetzt nicht deren Ernst, ne? Die haben wirklich Anwälte da. Ah ja. Okay, sehr gut. Viel Kalt. Das ist ein guter Punkt. Und die Hülis hat gesessen. Hier machen die von niemandem einen Halt, ne? Wenn die den Arsch haben wollen, die holen nicht in München. Es ist zwei Stunden und 17 Minuten vor der Show. Wir planen die Flucht. Die Flucht ist geplant. Heute München, letztes Konzert. Morgen habe ich Geburtstag. Gucken wir mal, was funktioniert. Jetzt sagt mir nicht, dass die zwei Leute haben, die so angezogen sind und dann flüchtet er damit, oder was? Von Tourstopp zu Tourstopp war ich jedes Mal. Nee, ne? Das waren einfach die beiden, oder? Doch! Nee, krass. Jetzt ist es wirklich bald vorbei. Das ist der letzte Tag der Palmen aus Plastik Tour. Oh, das allerletzte Konzert. Dankeschön. Echt? Echt, war ein Dube? Krass. Hi, Crime. Boah, Junge. Wie schön sieht das bitte einfach aus. Wie schön sieht das einfach aus. Selten so eine Platte gesehen, die so schön aussieht, oder? Guckt euch das mal an, bitte. Also ich meine, ja, also jeder von uns wäre happy, wenn er eine Goldplatte hätte oder so, ne? Natürlich, zu 1000 Prozent. Würde ich anhimmeln, ne? Aber das? Was? Wie schön ist das bitte? Wie das glitzert. Damit will man auch diese Ära abschließen und zum Glück war der dritte Teil wieder so erfolgreich. Und das Ding ist ein erfolgreiches Ding und das kann uns keiner wegnehmen und das kann uns keiner absprechen. Voll. Palmas Plastik war erfolgreich, ist erfolgreich. Das bleibt so stabil stehen und wenn wir morgen uns sonst wie zum Affen machen, diese Palmas Plastik 3 Ära, haben wir gut beendet. Boah, wisst ihr, was wir noch bald machen müssen? Wir müssen noch auf Genius die komplette Geschichte von den 187 Videos und so weiter in der richtigen Reihenfolge gucken. Da müssten wir uns eigentlich mal einen festen Tag aussuchen und dann müssten wir uns mal alle von Anfang bis Ende angucken, die so in dieser Story zusammenhängend sind, ne? Da gab es doch eine riesen Story hintereinander und so weiter. Allein schon das mit den drei Eiern und den Velociraptoren und so weiter, ne? Da gab es ja eine riesen Geschichte alles zusammen, ne? Das müssen wir uns eigentlich mal hintereinander einmal angucken, ne? Dass wir sozusagen die ganze Story im Kopf haben. Ja, da kann man ja aufteilen in mehrere Streams oder so, wenn es so viel ist. Aber wäre eine geile Sache, oder? Ah, da haut er ab, oder was? Nein! Der haut ab! Der haut einfach ab! Das heißt, das war auch nicht mehr Bones auf der Bühne? Nein! Wie geil ist das denn? Das heißt, das war der nie! Okay, das ist ein geiler Move. Das ist ein geiler Move. Einfach nur, damit er nicht festgenommen wird. Ja, der kifft halt zu gerne, ne? Deswegen wollte er ja auch nicht nach Dubai. Und ja, dann ist das halt auch abfuck für ihn, wahrscheinlich dann lange da zu sein, wenn er nicht rauchen kann, oder so, ne? Ist das gar nicht! Wie die einfach nur lachen. Keiner checkt das. Keiner checkt das, ne? Alle runter! Alle runter! Alle runter! Alle runter! Danke, Schau! Danke, Schau! Danke, Schau! Eins, go! Warte mal, war das ein Bild, wo Bones jetzt ist? Oder was? War das ein Dingens? Nein, warte mal, wo ist der? Hallo? Hallo? Sag mal, bin ich jetzt bescheuert? Das war doch ein Standort von ihm, oder? 100 Pro. Wo ist das? Wo ist es? Stopp. Ah, er verpisst sich gerade. Er verpisst sich gerade. Seht ihr, wie der Punkt sich... Okay, das ist gut. Ich werde auf jeden Fall, bis ich sterbe, Musik machen, weil das ist das Einzige, was mir Spaß macht. Ich bin selbst Darsteller seit der Grundschule und es gibt für mich nichts Besseres als Musik machen. 100%ig, nur ist die Frage an welcher Position. Bin ich weiter vorne an erster Stelle oder will ich Musik machen, aber in der hinteren Stelle? Also Raff, ich sag's euch jetzt schon, Raff wird, sobald er selber weniger Musik macht, so ein kranker Produzent. Ich sag's euch jetzt schon. Der wird Künstler rausholen. Der wird Künstler rausbringen. Der wird richtig... Das wird eine krasse Ära, glaube ich. Also wenn der so ein bisschen auf Labelchef und dann richtig Künstler holt und so... Boah, das wird... Das könnte eine geile Zeit werden auch. Blah ist Licht in der Maudi RS, wir waren zu laut und zu schnell, ob Sache nie mehr verlässt. Blah ist Licht in der Maudi RS und Polizei kommt zu rechts, ja mein Raumschiff im Deck. Niem orange! Niemals! stimulating im typ Bis zum nächsten Mal.